Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Pädagogik und Syloge, auch Experte für toxische Beziehungen und eins wahrscheinlich der letzten Videos, oder okay, ne wahrscheinlich gibt es ja Berufung, okay, schauen wir mal in diesem Durchgang zum Amber Heard und Johnny Depp Fall, der mich doch sehr fasziniert hat. Und genau, was war gestern noch, vor allen Dingen ist gestern Amber Heard nochmal in den Zeugenstand getreten und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, was ich wirklich sage. Also es war halt wieder, ich will jetzt einfach mal ein bisschen darstellen, was da gestern zu sehen war und auch, ja, was mich das erinnert aus meiner Arbeit, was da eigentlich wirklich exakt die gleichen Strukturen sind, die ich da auch immer sehe, ja, was ist passiert, werden sie natürlich vor ihrer Zeugenaussage, vorgestern natürlich wieder feixend, lachend, irgendwie hochnäsig, weiß ich nicht, Augenrollen, das ganze Programm, kaum tritt sie in den Zeugenstand, ja, fängt sie wieder an. Also aus meiner Sicht, meiner Meinung nach, zieht sie ihre Show ab, aber um es mal neutral auszudrücken, ja, sie fängt wieder an zu weinen, wie auf Knopfdruck und, ja, sieht wieder so aus, als wenn sie weinen würde, aber es kommen keine Tränen raus, ey. Alter Falter, ey, ja, also, äh, und sagt dann quasi, ja, alle sind böse, alle sind böse, ich, ich bin die Heilige, so, ähm, äh, dann wird sie gefragt, ja, haben, also wenn sie die Wahrheit sagen, haben wir die ganzen anderen Zeugen, dieser Trailer-Typ und ach, diese ganzen anderen, diese ganzen Zeugen, äh, haben die alle, haben die alle mein Eid begangen hier, ähm, die, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, Johnny holt ja irgendwie die ganzen komischen Leute, also hat dann quasi so impliziert, dass Johnny diese ganzen Leute kaufen würde, also wahrscheinlich ist es eine riesen Verschwörungs, äh, Blase rund um Amber Heard und alle sind gekauft und das Gericht ist gekauft und alle Zeugen sind gekauft und weiß ich nicht, also so, äh, sie, aber sie hat nichts gemacht, sie hat nichts, nichts falsch gemacht, gar nichts und, ähm, sie wollte einfach nur, äh, endlich mal ihre Story erzählen und dann hat sie noch ernsthaft gesagt, äh, also, das hat mich so aufgeregt, ey, hat sie noch ernsthaft gesagt, ja, und sie würde einfach auch gerne ihre Charity-Arbeit machen, ja, ey, dann spende deine verdammten sieben Billionen Dollar, wie du das unterschrieben hast in der Scheidungsvereinbarung, wie du das schon gesagt hast in Talkshows, dass du das spenden würdest, dann spende es doch, an die beiden Charity-Organisationen, aber machst du ja nicht, ne, alter, ey, also, wirklich, ey, also ich, also ich, ich finde es wirklich schwer erträglich, muss ich wirklich sagen, ne, äh, dann, äh, hat sie, kam sie ins Kreuzfahrer, äh, dann wurden ihr Fotos vorgelegt von so, ja, zerbrochenem Rotwein auf dem Boden, wurde gesagt, naja, einmal hast du dir gesagt, dieses Foto ist 2016 entstanden, äh, einmal hast du gesagt, äh, hier, anderes Foto, äh, 2015 entstanden, sind das die gleichen Fotos, ja, sind die gleichen Fotos, ja, welches ist, äh, einmal wurde das ausgesagt, einmal das, was ist denn jetzt richtig, aber kann ja nicht beide stimmen, kann ja nicht beides vom gleichen Event sein, so, ne, ja, dazu, äh, müsste sie die Metadaten sehen, von Fotos, da können sie sich von euch dran erinnern, es ist fünf Jahre her, wo soll ich das denn wissen, ne, aber sie hat's ausgesagt, äh, alter, ey, Leute, ey, wirklich, ey, also, unfucking fassbar, wirklich, und dann, was man auch sehen kann, ist meiner Ansicht nach, ähm, nur meiner Mutmaßung nach, die echte Amber, die echte Amber, die sofort bissig, schnippig, äh, wütend wird, äh, das ist ja auch noch ausgesagt worden von so einem Fall am Flughafen, wo so ein Flughafenmitarbeiter sie beobachtet hat, wie sie, äh, ihre Begleiterin da irgendwie attackiert hat, also, es ist einfach, und mit diesem Trailer-Park, das hatte ich ja so ein bisschen, äh, zu kurz erzählt, da hat sich halt auch gesagt, ja, also, Johnny hat da eine Frau bedroht, weil, weil er, weil er war eifersüchtig, und, ähm, ja, der ganze, hat dann, hat er aus Woot den ganzen Wohnwagen auseinandergenommen, und, und der Trailer-Besitzer war so wütend, und da hat der aber ausgesagt, der Trailer-Besitzer, er hat ausgesagt, und er hat gesagt, äh, nee, hätte ich jetzt nichts von Johnny gesehen, weil sie, das wäre irgendwie laut gewesen, aber eher, äh, aus Emmas, äh, Richtung, ähm, und nein, da ist nur eine kleine Lampe kaputt gegangen, die hat nur 62 Dollar getrostet, und, äh, nein, er war auch nicht wütend, und, äh, ja, und das ist nämlich genau, das hängt jetzt auch nicht unbedingt vom, nee, das hängt nicht vom Geschlecht ab, das ist, ich, das schreiben ja auch viele Frauen, es ist einfach so schwer erträglich, wenn du da so einen ganz krassen, dunklen Minuspol vor dir hast, und der einfach lügt, aus meiner Sicht lügt, wie gedruckt, und, also, ich kenne das, äh, andere kennen das aus, äh, ihren toxischen Beziehungen, und dann legst du Beweise vor, du hast, du hast das und das gemacht, hier ist der Beweis, nein, war ich nicht, hab ich nicht, bin ich nicht, stimmt nicht, und du stehst davor und denkst, hier, aber hier ist doch der Beweis, hier ist der fucking Beweis, nein, hab ich nicht, stimmt nicht, ähm, ist es nicht, ähm, nein, ich stecke nicht diesen Typen da meine Zunge in den Hals, und hab ich nicht gemacht, stimmt nicht, ist es nicht, äh, ja, auch wenn ich so aussehe wie auf dem Foto, nein, hab ich nicht, und, ähm, ja, und auch mit Männer natürlich genauso, wie wir das machen, äh, das ist eben, äh, sind eben Charakterdispositionen oder auch, äh, keine Ahnung, Persönlichkeitsstörungen mutmaßlicher bei ihr vielleicht, ähm, die diagnostiziert wurden von einer Seite, was auch immer ihr das nennt, ja, es ist so, wie es ist, das kommt bei Männern vor, das kommt bei Frauen vor, ähm, aber, äh, eben auch bei Frauen, und, äh, das ist genau diese Storys, höre ich von vielen Männern, und, äh, sie hat halt eben auch diese Attitude, ne, diese Attitude, ähm, ja, diese kühle, abschätzige, und dann, was auch viele, kenne ich auch, äh, was auch viele Männer sagen, dass, äh, diese krasse Minuspolfrauen, so nenne ich sie mal, also diese auf Knopfdruck Emotionen erinnern können, ne, auf Knopfdruck scheinbar weinen können, äh, auch, auch, auch mit echten Tränen viele auf Knopfdruck auftüren, auf Knopfdruck wieder anfangen, wie es gerade passt, ne, und, ah, das ist einfach so ein fucking Scheiß, also, aber klar, aber muss ich, Johnny Depp muss sich fragen, mein Gott, wenn er schon im Orient Express erschlagen worden ist, äh, und noch früher wahrscheinlich, muss man natürlich überlegen, warum bleib ich da drin, ne, äh, ich weiß, das ist schwierig, aber warum, ich meine, ne, da sieht man auch, dass das selbst Leuten passieren kann, die alle möglichen Ressourcen haben, so, ne, ja, dann hat sie noch, äh, echten, ich weiß nicht, ob sie sich da verplappert hat, oh, und zwar der Auslöser von dem Ganzen war ja, dass sie so ein, so eine Art Meinungsartikel geschrieben hat in irgendeiner Zeitung vor x Jahren, wo sie gesagt hat, ja, sie ist ein Opfer von häuslicher Gewalt und da hat sie ja, äh, Johnny Depp, äh, nicht genannt und sie hat sich ja auch immer, äh, ja, gesagt irgendwie, nee, das hab ich einfach, äh, hab den Artikel einfach, äh, so geschrieben und wollte über das Thema schreiben, das hat sie gestern natürlich gesagt, ja, sie hatte den geschrieben, weil Johnny Depp so ein mächtiger Mann ist. Also, was ich jetzt sage, sag's nochmal, sind alles Mutmaßungen, aber, äh, das ist halt genau, äh, das ist halt schon ein Unterschied, also, äh, während Frauen vielleicht viel, äh, was, äh, auch vielleicht noch viel schlimmer ist, äh, ich will das auch nicht vergleichen jetzt, aber viel, äh, vielleicht reale Gewalt, äh, erleben, ist es für Männer, und da soll es einfach mal gehen in diesem Video, ist es für Männer, sind es halt, wenn das vorkommt, sowas, sind es halt diese Schmutzkampagnen und Falscheentschuldung, das ist halt, wie versucht wird, Männer fertig zu machen, warum? Weil man einfach wütend ist oder weil man einfach, das ist meiner Meinung, wütend auf Papi ist und, äh, das ist ja auch bekannt bei manchen Persönlichkeitsstörungen, äh, in manchen Fällen, äh, projektive Identifikation, also diese ganzen und Projektionen, äh, Sachen werden auf dem Partner projiziert und, äh, der muss dann diese ganze Wut aushalten, die eigentlich Papi oder vielleicht auch Mami, aber meistens Papi, äh, hätte abkriegen sollen und, äh, ja, und dann wird eben gegen den mächtigen Mann, wird dann eben geschossen und, äh, wird auf alle Arten und wegen dieser, wegen dieser fucking Wut, die man hat, wird er versucht, einfach irgendwie fertig zu machen und, äh, wenn man ihn nicht, ja, das ist, äh, die beste Art, einen Mann heutzutage fertig zu machen, ist eben, äh, ihm was anzuhängen, das ist einfach so. Ähm, und gerade, äh, Männer, ja, der macht ja sein, dass er mächtig ist, aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, bist du einfach, äh, komplett angreifbar, ist einfach so. Also, das ist einfach krass, äh, jeder kann dir da irgendwas reinhauen und, äh, ja, und, äh, da sind Männer meiner Ansicht nach, äh, es gibt bestimmt ganz viele Bereiche, wo Frauen viel gefährdeter sind, aber wir bleiben mal bei Männern heute, äh, da sind Männer viel gefährdeter, weil, ja, einer Frau kannst du nicht mal eben irgendwas annehmen, was willst du denn einer Frau anhängen, dass sie dich vergewaltigt hat oder was? Wird schwierig, wird schwierig, wird schwierig und, äh, äh, das ist, ja, also klar, er versucht es jetzt hier und, aber man sieht ja, wie schwierig das alles ist und es auch überhaupt nicht, ähm, gesagt, was dabei auskommt, ne? Also, ist halt das auch für absolut möglich, dass die Jury sagt, äh, nee, äh, weil, wie gesagt, die Jury muss ja nur, es reicht ja für diesen speziellen Fall, dass die nur sagen müssen, eine Sache ist mindestens passiert von Johnny, es geht dann gar nicht darum, wer mehr gemacht hat oder ob beide was gemacht haben. Und ja, ich halte es für möglich, dass Johnny irgendwann mal irgendwas gemacht hat, äh, in den ganzen Jahren mit so einer hochtoxischen Beziehung, ja, klar ist das möglich und klar ist, dass es nicht in Ordnung und, ja, äh, nur, man würde sich natürlich wünschen, aber das passiert, glaube ich, auch, äh, dass, ähm, ja, beide für ihren Kram eher irgendwie so ein bisschen gerade stehen auch, ne? Ähm, genau, dann hat sie natürlich richtigerweise auch, das wollte ich auch noch sagen, richtigerweise auch gesagt, ähm, ja, dass es natürlich nicht in Ordnung ist, dass sie so bedroht wird und jetzt und so viel Hate abkriegt, völlig, äh, korrekt, finde ich auch, ne? Also hat sie richtigerweise gesagt, sind beides Menschen und, äh, ja, äh, nur, weil, also, ich glaube, also, nee, ist so, Punkt, ne? Und sollte man auch nicht machen und, äh, finde ich auch absolut nicht in Ordnung. Ich glaube, was so schwer erträglich ist bei ihr und das sehe ich bei ganz vielen Menschen. Ich habe das auch teilweise in dieser, äh, Verschwörungs-Bubble da, äh, dieser Hardcore-Bubble gesehen, äh, rund um Corona und diese ganzen Sachen, ähm, also, wie soll ich das mal sagen? Also, es werden einfach keinerlei, bleiben wir mal bei Amber Heard jetzt, äh, es wird nicht ein Fehler zugegeben. Es wird einfach gesagt, mit mir ist alles in Ordnung, mit mir stimmt alles und ich habe nie irgendwas falsch gemacht, während es wirklich, sie einfach überführt worden ist, dass sie definitiv Sachen falsch gemacht hat. Es gibt Tomat-Aufnahmen, wo sie, wo die Sonne, Johnny Depp schlägt irgendwie, wo sie das zugibt. Äh, also, alles Mögliche gibt es und, ähm, also, da wird, wird man sich, glaube ich, wünschen, auch als Johnny Depp, man sich, glaube ich, wünschen, dass sie einfach mal sagt, ja, äh, meinetwegen, ja, kann sie immer noch sagen, Johnny hat sonst was mit ihr gemacht, aber, äh, dass sie dann sagt, ja, auch ich habe Fehler gemacht und es tut mir leid für meinen Teil in der Beziehung und irgendwas, ne, aber diese, diese Aussage, ich habe nichts falsch gemacht, äh, warum sage ich jetzt diese Bubble da rund um Carina, äh, ja, weil da auch, ich meine, ich habe es auch erlebt, dass Leute gewacht haben mit, ähm, also, auch so eine Halbpraktikerin hat mir gesagt, ja, in zwei Monaten bist du tot sein, ja, es ist so, trägt mal einen Kiefernadeltee, hat sich da jemand entschuldigt danach bei mir, wie kann man sowas jemandem sagen, ey, sorry, das ist, äh, und das erlebe ich da halt auch, oder habe ich da erlebt, also mit einer aller Berechtigung rund um dieses Thema, müssen wir jetzt auch nicht aufmachen, aber, äh, ich finde es auch alles, alles scheiße gelaufen, alle haben sich angesteckt, und, äh, aber trotzdem, dass es da Leute gibt, die immer wieder irgendwas behaupten, äh, was einfach faktisch nicht stimmt, weil sie nach drei Monaten herausstellt, es stimmt nicht, aber da wird wieder was Neues behauptet und, äh, und ich denke auch um Amber Heard wird sich eine Blase entwickeln von Leuten, die eine riesige Verschwörung am Laufen sehen und die sagen, ja, äh, Amber Heard ist die Heilige, ja, die wird irgendeine Hardcore-Kult um sich ziehen und es werden nicht alle gegen sie sein, ne, glaube ich nicht, das, weil es zieht immer Leute an, die jemand idealisieren wollen und, ähm, ja, aber gut, äh, das wollte ich dazu nochmal sagen, heute gibt es die Abschluss, äh, Plädoyers, ähm, aber im Grunde genommen, ich meine, ich weiß nicht, es ist, ähm, was soll man danach zu sagen, es ist einfach, äh, wie gesagt, wenn es jetzt darum um die drehen würde, diese Beziehungen, äh, zu beurteilen, sind meiner Ansicht nach die Rollen klar, aber wenn es jetzt nur darum geht, hat schon irgendwann mal irgendwas gemacht, was ich nicht sehe, dass es irgendwo belegt ist, aber, äh, ja, da können, da kann unter Umständen die Jury drauf kommen, dass es passiert ist und, äh, ja, dann verliert er den Fall, aber dann ist es so, mein Gott, äh, ich meine, ich glaube, er hat viel gewonnen in diesem ganzen, äh, Prozess und, ähm, ja, aber das, um nochmal auf, mal wegzukommen von Männern und Frauen, ähm, Menschen, die sowas erleben, auch Männer, äh, auch Frauen, also auch Frauen, wo die Männer so eiskalt lügen und, äh, das kriege ich ja auch immer wieder zu hören, es ist einfach für Partner und da so ein verfickter Scheiß, sich mit sowas rumzuschlagen, wenn wirklich nur gelogen wird, nur gelogen wird, deswegen Leute, wenn ihr jemand datet und es gibt früh Lügen und es gibt früh, ihr habt ein komisches Bauchgefühl, ey, tut euch das nicht an, also, das ist, ähm, man denkt immer, es kann nicht viel schief gehen, Leute, glaubt mir, es kann übelst viel schief gehen, vor allen Dingen, je mehr, äh, Power man hat und je, ähm, ja, umso größer mein Leben steht, umso mehr kann passieren, umso mehr, äh, kann es Menschen geben, die meinen, äh, ja, nee, jetzt meine ganze Wut auf meinem Papi muss ich jetzt an dem, dieser Person ablassen, mit der ich hier gerade zugange bin und, ja, weil, weil Menschen, die einfach total am Rande der Gesellschaft gehen, dann macht das auch keinen Spaß irgendwie, ne, es ist nicht so schön fürs Ego, gut, bin gespannt auf eure Kommentare, ähm, ansonsten, denke ich, können wir das Ganze auch bald abschließen, ich weiß nicht, ob ich noch was mache, mal gucken, ob da noch was Neues kommt zu den, in den Abschlussredujes, sicherlich noch mal was machen, wenn das Urteil da draußen ist, aber wie gesagt, das wird sowieso weitergehen, drauf geschissen, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder, wir sehen uns bald wieder.